Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist bei Physio Insight. Heute mit dem Thema Handadrose und bringen Übungen was und geht das Ganze digital oder muss ich dazu zum Physiotherapeuten? Ja, ich darf in dem Moment sagen, ich bin tatsächlich stolz. Die Studie, die ich heute vorstellen darf, kann, möchte, bei der bin ich selber Erstautor. Und zwar habe ich mit einem schwedischen Unternehmen zusammengearbeitet, auch bereits für meine Masterarbeit zum Thema Knieadrose. Und dieses schwedische Unternehmen hat eine App und mit dieser App behandeln sie verschiedene Krankheitsbilder, unter anderem eben Handadrose. Und wir haben in der Studie geschaut, bringt es denn was, wenn wir die Leute mit der App oder in der App Übungen zeigen. Die haben pro Tag zwei bis drei Übungen bekommen plus Informationen zum Krankheitsbild. Was ist Handadrose? Welche Möglichkeiten von Hilfsmitteln kann man haben, nehmen, nutzen? Unter anderem auch, was machen andere? Also Informationen und kleine Übungen. Das Programm, welche Übungen wir gemacht haben, einen Ausschnitt von den verschiedenen Übungen, die habe ich dir unten in der Infobox angefügt. Das heißt, du kannst es einfach selber zu Hause machen. Wir haben also 400 Menschen in der App beobachtet über drei Monate und haben dann festgestellt, dass nach drei Monaten im Schnitt die Schmerzen um 27 Prozent reduziert wurden, also um ein Viertel weniger waren als vorher. Und auch, dass die Handsteifigkeit, das Steifigkeitsgefühl in den Hand- und Fingergelenken um 18 Prozent im Schnitt abgenommen hat. Das steht auch im Zusammenhang mit der Beobachtung, dass die Schmerzmedikamente reduziert wurden, also dass weniger Menschen Schmerzmedikamente einnahmen oder insgesamt weniger eingenommen haben und dass auch die Angst vor Bewegung sich reduziert hat. Wir hatten keine Kontrollgruppe. Das bedeutet, dass wir diese fast 400 Menschen nicht in zwei Gruppen aufgeteilt haben. Und die eine haben die App bekommen, die andere haben was anderes bekommen, dass wir es verglichen haben, sondern wir haben nur beobachtet. Das bedeutet, wir können nicht ursächlich sagen, es lag unbedingt, also es lag an den Übungen, es lag an der Information, die sie bekommen haben. Das ist eben, wenn wir eine Observation, eine Beobachtungsstudie machen, können wir nicht auf die Ursache schließen. Dafür brauchen wir entsprechende Kontrollgruppen. Generell ist es aber eine gute Beobachtung, dass wir gesehen haben, dass im Schnitt der Schmerz eben um mehr als ein Viertel zurückgegangen ist. Und das deckt sich mit den Ergebnissen, die wir in anderen Studien auch schon gesehen haben, die auch unter anderem Kontrollgruppen hatten und die aber in der Regel bei Physiotherapeuten vor Ort durchgeführt wurden. Das legt die Hypothese nahe oder daraus haben wir geschlussfolgert, dass möglicherweise eine digitale Therapie genauso gut ist, wenn man zum Physiotherapeuten vor Ort geht. Natürlich kann man da digital keine manuelle Therapie machen, aber so grundlegende Erfolge kann man auch wahrscheinlich damit erzielen. Und eben das ist genau das, was ich dir mitteilen möchte. Schau unten in der Infobox, da habe ich dir die Zusatzinformationen verlinkt, also da habe ich dir die Übungen verlinkt. Da kannst du einen Blick reinwerfen, mach die einfach mal jeden Tag einfach 10 Minuten. Das war nämlich auch das Prinzip von dem schwedischen Unternehmen. Und ich hoffe, dass dir das dann auch hilft, deine Schmerzen zu reduzieren und deine Gelenksteifigkeit zu verbessern. Und vielleicht musst du dann auch weniger Schmerzmedikamente einnehmen und bist insgesamt glücklicher mit deiner Situation mit den Händen. Wenn es dir geholfen hat oder wenn es dir hilft, melde dich gerne bei mir. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ansonsten möchte ich mich an dieser Stelle nochmal dafür bedanken, fürs Zuschauen und wenn es irgendjemand von den Schweden sieht, auch wenn er es vielleicht gar nicht versteht, danke, dass ich da mitmachen durfte. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Füßeinside. Ciao. Ciao.